hallo meine lieben so ich begrüße euch zu einem etwas graueren freitag aber der regen muss ja auch mal sein von daher alles gut und wenn man zu hause ist und entspannt hier sitzen kann ist ja auch alles gar kein problem ihr seht schon im hintergrund worum es heute geht und ich freue mich sehr darauf das zu verkosten und bevor es morgen nach habe geht weil wir sind ja eingeladen dachte ich mir kommt heute noch mal das video und zwar zu dem neuen tealing rosé wine cask finish da gucken wir doch direkt mal wenn ich die verpackung jetzt wieder aufkriege so sieht er aus also typische tealing flasche ihr könnt erkennen auch hinten wieder mit der mit dem eingravierten phoenix und die farbe ist auf jeden fall schon mal sehr vielversprechend ich hoffe jetzt gehört ich schenke mir einmal kurz ein an dieser stelle bevor wir loslegen danke an borku für die flasche und an tealing weil ich habe bald mit meinem club ein tasting wir haben ja auch noch ein tealing date hier auf youtube im oktober aber vorher habe ich mit dem club noch und noch ein tasting und da haben sie uns netterweise die flasche gesponsert also noch mal vielen dank dafür ja also bin ich jetzt mal selber sehr gespannt darauf also gerade ihr könnt es gerade nicht riechen aber gerade beim einschenken kriege ich schon sehr viel bock darauf zu tealing selber brauche ich euch nicht mehr viel erzählen das habe ich in diversen videos schon getan das überspringen wir einfach mal nur noch kurz ein paar fakten zu dem whisky der whisky selber ist wieder in zusammenarbeit mit dem weingut reiserat von buhl entstanden dort fand am zweiten neunten ja auch übrigens das event statt wo der whisky vorgestellt wurde das war da wo wir unser talesk tasting hatten ist ein small batch und wie es der name vermuten lässt ist es eine ein finish in den rosé weinkas von dem small batch whisky als solches dann eben in den fässern von dem weingut und das ganze fand über 24 monate statt und wir haben wieder entspannte 46 prozent also tealing typisch und jetzt bin ich mal gespannt loszulegen natürlich wieder wie immer im tourt glas dann wollen wir mal gucken oder das erste was mir hier entgegen kommt ist so meine erste assoziation und erdbeeren aber schon ist schon leicht also so richtung matschige erdbeeren aber noch nicht dass sie drüber sind sehr angenehm dahinter rein sich hinbeeren ein ich krieg auch so cranberries krieg auch sehr berig sehr lecker stachelbeeren aber eher so diese es gibt der rote stachelbeeren und diese grün stachelbeeren ich habe hier eher diese grün stachelbeeren also schon in richtung säuerlicher dazu gesellt sich dann auch eine schöne zitrusnote und so eine leichte mineralität habt ihr auch in der nase und ihr seht ich kann die nase gut reinhängen also der alkohol ist super eingebunden und meine geliebten naschi büren habe ich hier auch mal wieder hatte ich lange nicht mehr ne also die nase ist wirklich viel versprechen wenn der geschmack jetzt auch so nice ist dann hat tealing da mal wieder was rausgehauen zugegeben ich bin ja auch nicht ganz objektiv bei tealing ich weiß das aber ich hatte bei tealing tatsächlich nur ein zwei sachen die mir nicht geschmeckt haben und ich finde es halt schön ich meine so ein rosé wine cask finish wüsste ich jetzt gar nicht gibt es das überhaupt schon könnt ihr mal in die kommentare schreiben bei mir wäre jetzt nichts bekannt aber das heißt ja bekanntlich nichts weil ich finde es halt cool dass sie dann auch solche sachen so experimentell auf die schiene gehen und jetzt sind wir mal gespannt das lanche meine lieben krass ihr habt direkt so eine assoziation zu rhabarber kompott richtig geil mit sahne drüber alkohol auch hier super eingebunden merke ich gar nichts von das ist top auch diese hell zitrus noten die wir schon in der nase hatten setzen sich hier fort dazu gesellen sich aber auch so grapefruits es wird ein bisschen säuerlicher es ist nicht so krass süß zum glück aber auch diese schönen beeren die wir schon in der nase hatten finden wir hier wieder über erdbeere hinbeere stachelbeere das ist sehr schön und was ich cool finde das ganze wird in so ein eichenbett eingebettet also ihr habt auch schöne holznoten beziehungsweise tannine auch gut mit am start was das ganze so ein bisschen ausgewogen macht das heißt ihr habt so dieses beerige bisschen süße bisschen säuerliche und auf der anderen seite sowas holziges und würziges das gefällt mir echt gut der abgang ist recht lang bleibt schön fruchtig also diese fruchtnote zieht sich wirklich durch komplett von vorne bis hinten das finde ich sehr gut und ihr habt dann jetzt zum schluss so eine leichte espresso bitternote aber im angenehmen bereich ihr wisst ich mag das und was geil ist stellt euch diesen espresso vor mit weißer schokolade so ist der abgang und mit diesen bären so drüber gestreut ja das das könnte ich eigentlich auch mal in echt probieren also espresso weiße schokolade bären darüber sehr lecker also ich muss sagen der haut mich schon ein bisschen um also ich bin wirklich geflasht also dieses rosé weinkas finish das finde ich schmeckt man also ich würde jetzt nicht ich wusste bei mir bei meiner weinerfahrung die die faktor nicht vorhanden ist nicht ob ich jetzt ein rosé gas tippen würde aber ihr merkt schon diesen einfluss also das ist wirklich schön gemacht und soweit wie ich weiß liegt der uvp soweit wie ich weiß liegt der uvp bei 49 euro wenn ihr die flasche zu dem kurs kriegt greift auf jeden fall zu wenn ihr teeling mögt wenn ihr roséwein mögt im kombination ist geil also für mich wieder eine total leckere weinabfüllung in zusammenarbeit mit reißrad vom bull und ich bin echt so ein bisschen geflasht also durch dieses ungewöhnliche finish auch und wenn greift auf jeden fall zu wenn ihr sowas mögt so was beriges fruchtiges boah doch beide daumen hoch meinerseits also da haben sie mal wieder was rausgekloppt hier würde ich sagen und mich interessiert jetzt natürlich a gibt es denn schon whisky mit roséwein kars finish wisst ihr darüber was weil ich weiß es tatsächlich nicht und b kennt ihr den denn schon habt ihr das mitbekommen dass da was neues kommt und c möchte ich jetzt natürlich auch wissen was ist denn euer liebster teeling solltet ihr da schon erfahrung gesammelt haben ansonsten bleibt mir wieder übrig euch ein schönes wochenende zu wünschen den ein oder anderen sehe ich ja morgen bei habe und ich würde mal sagen wir sehen uns nächste woche